Wie das E-Bike 2030 aussenden wird, da stecken wir nicht drin, da sind wir zu klein. Wahrscheinlich werden wir nicht selber eins entwickeln oder sonst irgendwas. Ich denke, sie wären kompakter. Ich denke, wahrscheinlich integriert man zum Beispiel auch die Energiequelle, die Akkus noch mehr. Du wirst es gar nicht mehr wirklich richtig sehen, dass es ein E-Bike ist oder ein Pedelec von der Unterstützung her. Also von Trends her, das Nutzerprofil wird sich sicher noch viel mehr verjüngen, immer weiter weg von den älteren Senioren, die einfach ein komfortables Rad suchen, hin zu Sportlern, hin zu Pendlern. Wir sehen ja speziell im Frankfurter Umfeld, dass es massive Zuwendung zum E-Bike gibt als Fahrzeug für den Weg zur Arbeit. Das wird sich sicher noch massiv verstärken mit dem Verkehrschaus, den wir in der Metropolregion Frankfurt haben. Das wird sicher massiv sein und das Thema Lasten E-Bikes wird sicher auch zunehmen. Auch aus der gleichen Motivation heraus, dass ein Handwerker in der Frankfurter Innenstadt einfach ein Problem hat, sein Transportfahrzeug irgendwo abzustellen. Es wird, glaube ich, in wenigen Jahren kaum noch E-Bikes geben, jedenfalls nicht Marken E-Bikes, coole Produkte, die sozusagen diese klassische Konstruktion mit Aufsetzen des Akkus bieten, sondern das ist einfach so, dass der Markt diese Integration will. Akku schön verpackt, designmäßig. Natürlich immer wieder das Thema Akkugröße, Reichweite spielt eine Rolle, insbesondere bei den Speed Pedelecs, werden Radschnellwege gebaut, Berlin, Ruhrgebiet, andere Orte, wo also mittlerweile Kommunen merken, man kann tatsächlich dafür sorgen, dass Leute umsteigen. In 10, 15 Jahren werden wir eben halt mit Elektrorädern unterwegs sein, wie heute mit einem normalen Rad. Das Ganze wird digitaler, das heißt, es wird immer weiter vernetzt. Das E-Bike wird ein Teil des Netzes des Menschen sein. Die Motoren werden wahrscheinlich noch effektiver, noch sparsamer. Wir merken immer mehr, dass der Kunde nicht mehr so, dass nicht die braven Bikes, so diese unauffälligen gehen, sondern dass die Kunden schon ein bisschen wirklich auf Design achten, dass es ihnen gefällt bei der Investition, dass sie einfach sagen, das gefällt mir auch, das ist mein Rad, das passt zu mir. Also die Reichweiten werden, denke ich, noch größer, wobei es eigentlich kaum notwendig ist, weil die Reichweiten heutzutage schon sehr hoch sind, dass auch eine äußerst ausgiebige Tagestour erledigt werden kann, mit viel Gepäck auch noch dazu. Das wird aber noch besser. Ich gehe davon aus, dass die Akkus kleiner werden, einfach vom Leistungsgewicht. Also das, was wir heute auf so einer Größe haben, dass sich das reduzieren wird auf kleinere Akkupacks mit dem gleichen Energiegehalt. Ansonsten haben wir einen Entwicklungsstatus erreicht, der sich absolut sehen lassen kann. Es wird nach wie vor immer weiter vorwärts gehen, definitiv. Wenn man in der Fahrradbranche ist, dann ist der Boom ja nicht erst seit gestern, aber ich glaube, er wird auch nicht so schnell aufhören. Wir haben eigentlich ja jetzt ein Level erreicht, wo wir qualitativ sehr hochwertige Fahrräder haben und funktionierende Motoren. Und wenn das jetzt so weitergeht, dass die Akkutechnik sich noch verbessert, dann denke ich, wird das E-Bike immer mehr zu sehen sein. Die Ladezeiten müssen weiter runtergehen. Wir haben es ja auf Eurobike schon gesehen mit ABS-Systemen und solche Dinge. Navigation wird immer weiter integriert werden. Und ich denke einfach, dass so ein Fahrrad, wir werden nicht so weit kommen, dass wir Standheizung haben und sowas. Das geht natürlich nicht. Aber ich behaupte einfach mal, dass alle elektronischen Helfer, die es im Auto gibt, dass zumindest ein Großteil davon auch auf E-Bikes adaptiert werden wird. Bei uns in der Gegend, das ist Adalgebirge, das ist halt an der Ruhr. Und da ist das immer nur ein Freizeitgerät gewesen. Und mit dem Elektrofahrrad wird das einfach ein Fahrzeug. Und das ist für mich die absolute Zukunft. Also es ist einfach, die Kundschaft jünger wird, die Akzeptanz größer wird für diese Fahrräder. Und das ist auch was, was ich halt erlebe. Der Kunde möchte natürlich Reichweite haben, am liebsten 150, 200, 250 Kilometer, auch wenn er selber tatsächlich nur 70 Kilometer fährt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020